Die Magie des Moments einfangen. Das Gefühl eines besonderen Augenblicks. Licht, Schatten, Dunkelheit. Ein Foto erzählt mehr als tausend Worte. Es lässt Erinnerungen wie in einem Zeitraffer vor unserem geistigen Auge vorbeiziehen. Und schon sind wir wieder da. In diesem fremden, wunderschönen Land, in der beeindruckenden Millionenmetropole. Oder bei den Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet, vielleicht sogar geprägt haben. Der Duisburger Fotograf Martin Preissner hält diese Momente in seinen Bildern und Videos fest. Es sind lebendige Fotografien und atemberaubende Filmaufnahmen aus allen Teilen der Erde. Sein Projekt Nachtmomente etwa lässt die schönsten Metropolen der Welt und ihre prächtigsten Bauwerke selbst in der Dunkelheit eindrucksvoll erstrahlen. Im Foto wie im Video. Egal ob die imposante und weltberühmte Skyline von New York, die Tower Bridge im Herzen von London oder die Wolkenkratzer von Hongkong, Dubai oder Tokio. Es sind aber auch die Menschen, die Martin Preissner auf eine besondere und ganz natürliche Art und Weise abbildet. Porträts, Hochzeiten, Familienfeiern. Immer im Fokus der besondere Augenblick. Das eine Lächeln. Der Moment, der auf ewig bleibt. In unseren Herzen, in unserer Erinnerung und auf einzigartigen Fotos und Videos. Martin Preissner Fotografie in Duisburg bietet all das. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf unter www.martinpreissner.de Dein Herzen, in unserer Erinnerung und Aufmerksamkeit in Duisburg bietet all das. Dein Herzen, in unserer Erinnerung und Aufmerksamkeit in Duisburg bietet all das. Dein Herzen, in unserer Erinnerung und Aufmerksamkeit in Duisburg bietet all das.